das ist immer wieder krasser ist wieder am start ja heute will ich mal ein bisschen micro team bauen weil ich da echt noch nie irgendwie was gefahren habe und wir wurden jetzt gerade schon ein paar tipps gegeben da schauen wir uns auch gleich mal noch ein kleines video dazu an zu einem free to play team ohne die ganzen geforderten monster und dann werden wir mal sehen ob das läuft und ob wir überhaupt die passenden runen für der team haben ja nebenbei machen wir noch ein bisschen oder das machen wir jetzt als erstes den welt gk naja ist wieder eine ms jeden tag mindestens zwei stück immer schön mitnehmen und stand schon mal ein bisschen erst mal zünden wenn ihr irgendwelche fragen habt zum video wenn ich das dann spiele oder so könnte so ruhig stellen im chat ich versuche so gut es geht immer zu antworten fangen wir mal an mit dem gk beziehungsweise gucken wir erst mal beim tatarhaus das haben wir hier da haben wir schon alle angriffe gemacht wie man jetzt sind so ok erst 600 aber der ist ja auch eben erst aufgetaucht passt jeder wk ist schon durch da kommen der erste 50 stunden ja dann hat sich das wohl auch erledigt dann schauen wir doch direkt mal nach dem micro team jetzt gucken wir mal dass wir hier noch den browser mit in den stream bringen schau mal kurz im discord nach diesem video link können ja nebenbei mal ein bisschen runen fahren noch warum nicht oder kampf war mal ein bisschen riese mit mein lieblings safe team für abgrund hart mero dieselin growlin und die schöne lorraine los geht's los geht's not necessarily for the rage routes but for the world roads because you're gonna need some browser-offnahmen browserfenster aufnahmen fügen das mal zu fensteraufnahmen wo haben wir es denn hier veraltet das war die verkehrte erweiterung das haben wir noch mediengrill das ist ja so ein browser 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 Okay. Oh mein. Da muss man direkt eine Browser-Source angeben. Okay. Dann geben wir sie halt mal an. Mal schauen, ob das so funktioniert. Naja, okay, das geht am Mac wieder nicht so, wie ich das möchte. Dann machen wir es halt doch über die Bildschirmaufnahme. Weg mit dem. Jawoll. Fensteraufnahme. Okay. Fenster auswählen. Google Chrome. Necklo Apple Steam. Okay. Jetzt sollte er eigentlich sichtbar sein. Dann machen wir das einfach mal schön los. Das geht mal. Dann lassen wir es so. Fixieren das ganze Ding. Und dann geht es auch schon los. Machen wir mal den Sound vom Spiel etwas leiser. Dann verstehen wir hier auch im YouTube, was der gute Herr von uns möchte. Das Video ist allerdings auf Englisch. Ich versuche mal so gut wie es geht mit zu übersetzen. Die Birke, die Menschen sind sehr gerne. Dann brauchen die R5 in den R5. Dann brauchen wir die R5 in den Siege. Pretty much der meisten von Pvp related. Aber wir schauen uns jetzt mal. so the team is fully free to play that was my main catch to it because a lot of the teams that you see like it either has the star it has the uh abigail it has the shaman all of those units are technically not full free to play sure you can choose them from like events and that kind of stuff but you would actually have to pull them or choose to pull them rather than these units that you can all get for free so colleen simplest one and this is just a one to make it a lot safer in there because otherwise we don't have any healing plus it has the attack break which is pretty useful multi-hit and a um heal block which is multi-hit as well and an attack buff plus healing so that's pretty useful in general everyone knows we know what it's good for it's not that special also all of these units are via revenge except for this one i was able to make this on a 2.4 game pretty easily actually because i'm literally looking at a 23 and a 20 and then you just fix everything on guard runes and you're already there like it's super easy might you not have guard tower maxed already solution very simple oh that's that's definitely a very simple solution but why do i go for resistance lead rather than a defense lead is because all of my units don't have that high on accuracy and for that reason i would say that it's pretty easy to like the moment that my unit gets stolen or the moment that they go for these skills that might stun or give like continuous damage during the waves that stuff is a lot less likely to hit and i think that is stronger than going for defensively but it might be better to go defensively i haven't entirely tried that out yet actually panda does have pretty good damage on the skill 3 with if you would to a high stack defense then the question okay panda makes a lot of sense as well it has the counter hit definitely useful you kind of want to have those skill ups in here because it lowers the call time on this skill and this skill so i'm uh getting the double months in on this panda right now um it's also just a triple defense build he has a decent amount of damage if you were to put crit rate crit damage to him but for now i kind of like the build as is and then we have the main damage dealer which is argon and argon i actually choose for two reasons um actually multiple reasons more than even two number one is he has a lead that is kind of occasion no that's not really a reason like the lead is kind of like absolutely it's not really great uh number one he has scaling from uh enemy debuffs and the panda provides a lot of debuffs so therefore he has a chance to do a lot of damage plus his branding which is definitely nice as well for if i want to use it for r5 so i probably will use this unit in r5 later as well it also has weakened and we can get slow slowing this boss is very strong because you cannot really speed up anything you cannot give yourself attack bar boost you cannot give yourself or like attack buff or like speed buff type of you can speed buff you can't but you can slow the boss and slowing the boss actually makes very much a lot of use in this uh the whole dungeon so that slow is very good plus it is multi-hit 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 so all of them or is this multi-hit no the s2 is actually not multi-hit so s2 is the only one that's not multi-hit plus you can actually skill it up by fusing more argon so the fusing is definitely relatively easy as well so that's another reason reason number four is he is the highest attack and therefore the fire units will try to kill all the wind unit which is relatively easy big issue that i love the big issue i have seen some fails and that is where i my second time that something gets stolen mario did too much damage and then he kind of has to get killed by these units which is not that easy but the uh fun fact about this thing is my thank the main reasons why i went to all of these units sure the moment you get an a star a star is a good replacement i would say for the argon uh the moment that you have a shaman shaman is good replacement for the um the moment you get an abigail you could check too if you can well abigail could also replace this one but then you would have to check in like okay who do you go for the stolen one because abigail stolen is not that chill because it can start a we armor breaking you also a rogue stolen is not chill because then he teams up with the boss that's definitely not something you want so i would only replace um i would say that if you place in abigail you probably have to take the spot of the panda and then the spot of a star is going to argan and then the spot of the shaman is going to the colline in those orders like the moment you have those units but i would say that this is by far the safest way to clear it and this is where you can see like i'm getting like a little bit of resistance i think those resistance in the long run help more than getting like a little bit more defense in general also having the two units on counter definitely helps out a lot because that counter pretty much makes it that the boss is nearly already losing its shield so that definitely helps also not landing his because well low accuracy i think i'm too low accuracy for a lot of stuff but he's also very easy to clear off so in this case we have two units of counter and we also have actually everything on counter because everything is revenge pretty much so in that case it's very easy to get all of those things in the only thing is argon has to start dealing another damage to where he becomes the highest damage output unit because it's very easy for uh what's it called for the rogue to take that over so that's kind of the thing that you have to be like a little bit careful of i would have to take more damage onto the argon i would say but argon in most cases like the moment he goes for at skill three it's like heavy damage so skill ups and argon definitely do help out a lot most of the time my unit will get stolen twice and after twice two steals that is where i actually managed to kill but as you can see like the stolen argon doesn't do jack and he pretty much dies to a team-up and from there it's pretty easy so this whole dungeon is just relatively easy the only issue that i have is getting uh stolen at some point also the healing over here he has some slight healing on his uh owned by doing as one so during team-ups he has some healing he also died off in this moment right now i think we still cleared shouldn't be too much of an issue because the boss is far enough down but i would say that those are issues like the argon dying not doing enough damage and then the rogue getting stone those are the three factors that i can kind of see like okay that is where my issues come in but until then i think it's pretty fine also the argon doesn't need to be on a vampire build you could build it on vampire if you go more glass cannon i would say vampire but since i've been farming this for literally like just one day so far don't really have vampire runes so my uh bio and my revenge runes are a lot better so i'm using the bio revenge runes that i have from farming a lot of dragons to get all of these teams in and from there i can just farm a little bit of necro and just get some of the rage runes in well mainly i would say some of the will runes in that i need some of the nemesis runes in that they need and after that i think i will switch back probably to giants and then i will main giants runes just getting all of that stuff but the interesting fact is all of those five units that i have over here are units you can place in r5 as well so none of these units are actually wasted the moment you build these because this is a very good unit in r5 one of the best actually for like a free-to-play r5 argon is definitely pretty strong for r5 as well can do a lot of damage has a nice amount of debuffs so in the end all five of these units have some usage towards r5 and if you happen to have all of these units already in your r5 you can instantly transition into doing your other teams as well but i would definitely say that an astar would be better than argon and for that reason i'm not going to fuse a lot of argons to make argon uh fully scaled up because i would also say that an astar is better in r5 than argon is so for that reason but i would say astar is more of a must to be on the vampire though so that's a little bit of a trade-off here and there that you can see but definitely a very easy uh clear i would say argon is also decent in red beast uh ice but with these eyes has a lot of easy units with naomi in there and that kind of stuff but yeah this is pretty much my team and in this case we're looking at a pretty slow road and this is where we can see the slow like so because of the slow over here we can see that i'll start out facing the boss a lot more than i was doing so in this case the moment he has to slow all of my units take two turns so you could even say that if you don't have an argument in here you could maybe put a lauren in there since lauren cannot push back units in this stage it might be not as bad but you would need to build a lauren that actually does do the highest damage in your team which then you need to go for like a heavy damage lauren and but i think it could be a doable scenario where you can make it work but you have to make sure that your lauren gets stolen and not your raoke getting stolen because lauren stolen is one turn armor break that's not that big of a deal however the raoke will actually make it that he teams up with your uh with the boss if raoke goes for a bunch of vio procs he starts killing the shit so if he goes over here he goes for team up that is a lot more deadly and he also have to has a chance of doing those kind of things so yeah that's definitely a lot more deadly than anything else i would say but in this case ah we nearly cleared but not really i hope he doesn't go for team up once again now i actually out lap him in this case so in that case that is still fine and then i'm still able to clear it i would say uh we get attack break attack break is always very useful same as that heal block but from here it should be doable like the moment the more uh hits he does the strong he gets run just gets like incredibly slow that's the main thing i'm just liking damage yeah that's just pretty much it that's how things go um i did already showcase all the runes at the start i will quickly showcase how far i am with the glory towers but yeah as you can see the runs are incredibly slow so therefore i don't really think it's like if you have a lot of crystals like this is something you can farm if you don't really have that much time to look at your phone so if you go so then we'll do the window again 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 habe dass man auf twitch außer die gema oder die cma freie musik nichts laufen lassen darf und die musik die da angeboten wird ist ja mal mehr als bescheiden da ich von keinem künstler außer von mir selber die rechte habe irgendwelche musik laufen zu lassen aber meine musik für die meisten zuschauer nicht geeignet ist lassen wir das dafür können wir ja den spiel sound gleich mal ein bisschen anstellen dann haben wir wenigstens ein bisschen melodie im hintergrund jetzt mache ich mir das video aber noch mal auf damit ich mir anschauen kann was genau was genau für unsinn drauf haben auf den mobs ja die laufen gemütlich jetzt das bord mit ja das ist doch okay trittschaden ist max geholt habe ich nur sechs der frau nur sechs aber trittschaden ist immer gut wenn der max geholt ist die behalten leider auch wieder platz hat es ist einfach nur traurig diese platz hat und schon wieder platz hat da haben wir atk prozent leider auch mit doppelstatt und acc ist auch minimal gewohnt die kommt weg so dann holen wir mal den windbampir aus dem lager aus wo haben wir ihn versteckt bei beschworene so nicht dann muss er hier sein da ist er ab mit ihr aus dem lager so wie sieht es denn aus können wir ihn gleich erwecken auf geht's ja da hängt bei uns was im argen würde ich sagen immer haken wir warten immer noch auf den bitter montag mittwoch der mit der collaboration bin mal echt gespannt was es dann noch für vier stelle monster geben würde ich würde mich so freuen wenn dritter sporen dazu kommt das war natürlich richtig mega so als bade ich will den obs player aufmachen ist so da haben wir noch weiter geht's guck mal machen wir den windpender hier dabei der liegt auch irgendwo im lager dann holen wir den außen langer da ist er ja schon sagt die haben natürlich alle keine runen wenn wir dann liegen erstmal gucken wie wir den bauern und ob wir den überhaupt bauen können einmal würfeln ist noch drin immer diese glücksspiele hier gewinne 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 1 1 das gibt ein gravierter beschwörungstück jawohl so so far so gut fangen wir mal mit bänner an feuer pender sorry es ist gut mal im video vor zum zion da schaut er sich die xiong ferien so ja das wollte nicht erklären die skills also mit zeigen was er für wohnen hat bio auf jeden fall mit def def habe ich das jetzt richtig gesehen der ist so schnell da in dem video dass man nichts erkennen def 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 jawohl auf jeden fall acc gritt rater ungefähr 40 das tödlich da ist noch mal 40 hervor sehr viel def 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 und ansonsten ist eigentlich alles weitere egal gut schauen wir mal ob wir den auf video wenn ich gerund kriegen ich bezweifle es zwar da wir nicht viele wir haben aber wir schauen einfach mal so julio ja was wir da so ein angebot haben haupteigenschaft def prozent ah da haben wir doch ein paar ich will natürlich jetzt kein millionen clown das ist schon mal gut und die stress hat die karte fahrzehnte darauf da ist keine hp 04 das ist minimal roll die ist eigentlich nicht so optimal ohne die wäre schon nicht schlecht jetzt probieren wir erstmal die aufzuwerten wir haben auch nicht mehr so wie man ja okay der ist 20 speed das ist natürlich dreimal in speed ist echt top leider war die vom grund her sehr niedrig gerollt mit vier sonst hätten wir noch drei speed mehr aber okay das ist doch in ordnung dann packen wir die einfach mal drauf hier haben wir ein bisschen hp und atk drin ist nur fünf sterne fünf sterne ruhen wollten wir alle wegschmeißen die kommt auch gleich mal weg die hat der windpender die lassen wir auch mal da kriegt er halt die wenn man nichts anderes haben jetzt wir arbeiten nur mit dem was wir haben ja der hat er und ich habe bekommen auch nice und wieder ein bisschen speed gut der flat dev müsste jetzt nicht sein aber die kann man ja bei gelegenheit weg wollen haben wir da überhaupt irgendwas zum rollen haben wir nichts mehr die haben wir gestern alle verrollt was haben wir ja nie die bleibt auch die bleibt da wo sie ist da ist auch der hp atk atc drauf einmal jetzt wohl auch diese ruhen ja es hat leider einmal in den flat rein aber trotzdem besser als nichts wird auch vorübergehend weil jetzt so dann schauen wir erstmal bei den events ruhen was war da dann können wir uns ja immer noch um die letzte video kümmern die 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 und zwar hätte ich gerne alles aber mit der prozent in sap eigenschaften und dann bitte nach sap eigenschaft sortiert die tritt schaden def prozent die ist nicht aufgewertet die hier brauchen und mit der spiel man nicht was ist das jährige mit der spiel war eigentlich nicht deswegen kriegt sie jetzt die ohne weg da war man ersparen wollen den hätten wir schon mal erledigt und dann hätten wir nur noch die hier übrig die bleibt wir probieren es halt einfach mal noch mal nachfragen gleich perfekt wir wollten der haben das bekommen die wird genommen so dann können wir auch schon nach der video ohne schauen die hohe video 12 prozent da haben wir wohl näher auf der 1 geht kein def prozent genau da machen wir halt api prozent bei kürtel an oder gerade bei kürtel sind wir noch zu wenig dann schauen wir lieber nach tricks rate So, was haben wir hier? Speed Grid Rater, ADK. Ah, die könnte man eigentlich auch klauen. Wenn alle Grid Schaden, okay. Immer irgendeine, die nicht angerunt ist, nur die hier. Die ist aber auch nicht aufgewertet. Grid Rater plus 12, was hat die auch plus 12. Oh, wir würden einfach die hier. So, vorübergehend anwenden. Ja, kostet 60.000. Zack. Okay, der hat nicht so viel DEF wie es einer, die Grid Rater ist auch zu wenig, aber gut. Naja, die doch, die ist bei 42, 41, hat er gesagt, auch. Ja, dann hätten wir ja den schon mal gebaut. Gut, die Runden müssen wir noch aufwerten. Die Artefakte müssen wir dann auch noch reinmachen, aber das machen wir später. So, als nächstes, die Colleen, 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 die liegt wahrscheinlich auch im Lager. Nein, dann liegt sie im aktiven Lager. Jawohl. Die ist noch gebaut, aber total broken wound. Schauen wir uns mal an. Schauen wir erstmal, was er hier verlangt. Ja, auch auf View Revenge. Das können wir jetzt nicht nochmal machen. Die ist auf HP, Speed, Speed, Speed. Okay, naja, der zeigt doch mal die Runenmeister. Der zeigt hier nur kurz die Skills und das war es dann bei der Colleen. Also das hat er doof erklärt. Ah, Mann, Mann, Mann. Er zeigt hier nur kurz die Runen. Aber er hat sehr viel Speed und sehr viel HP auf der Colleen und auch ein bisschen Def. Okay, dann weiß ich ungefähr, wie man sie bauen muss. Ja, dann schauen wir mal, was unsere Colleen hat. Ja, okay, die hat auch schon gut HP, mehr wie seine. Speed ist natürlich noch nicht so hoch. Def hat sie eigentlich genauso viel wie er. Ich würde sagen, die lassen wir einfach erstmal so, weil besser wird es nicht. Was haben wir hier? HP, okay, das ist noch eine 5er. Ja, aber die lassen wir jetzt erstmal so. Die ist eigentlich sonst auch immer überall gut mitgelaufen. So, dann eine gute Windvampir, den wir erst noch 6er machen müssen. In Skillups haben wir jetzt leider auch keine. Aber es wäre doch gut, wenn man zumindest schon mal Nekrozen laufen könnte mit dem Team. Muss ja nicht leichter Abgrund hart sein. So, da ist einmal noch 30 Prozent des Gefühls Schadens. Okay, dann könnte man den auch in den Artefakten irgendwie einen Heel auf die 1 geben. Der System ist wahrscheinlich schon mal 2 Runden produziert. Keine Effekte. Okay, der geht aber auch ständig Effekt hoch. Das ist auch gut. Und greift das Gehirn an, den mal Effekt für 2 Runden zu hinterlassen. Für jeden schädlichen Effekt ist fein, dass 25 Prozent erhöht wird. Okay. Also ordentlich schädliche Effekte auf den Feind, dann kriegt er auch ordentlich damage reingerückt. Und wie wird der gerund sein? Auch auf Vio Revenge. Höchstwahrscheinlich. Ja, wo ist er? Zeig ihn mir. Da ist der Windwand hier. Show me the money. Also die sind alle auf Vio Revenge gerund bei ihm. Das kann ich aber mit meinem Rakium nicht machen. Den kann ich nur ständig umbauen. Wir probieren es einfach mal, ob die auch so laufen, wie es ist. So, ja, der Agen soll mit seinem Skill-Damage machen. Das wissen wir mittlerweile. Der hat 1.900 ATK, da fehlt es noch. Und ordentlich Crit-Damage mit 150. Zeigt mir die Runen. Wahrscheinlich ATK, ATK, ATK. Ja, mit etwas HP in den Subs. Come on, show me the Runes. Jetzt hat er keine einzige Rune gezeigt von dem. Also. Ja. Ich denke es halt einfach mal, dass der auf ATK, ATK, ATK geht. Weil so viel Speed hat er jetzt auch nicht. Wo ist er nochmal? Wie viel Speed hat er? Nur 40 Speed hat er auf dem drauf. Okay. Also, du willst wohl keine Speed Rune gewesen sein, was der da bekommen hat. Ja. Machen wir das selbe Spiel wie eben. Schauen wir mal nach den Vios. ADK, was haben wir da noch übrig? Okay. Oben rechts haben wir nur eine. ACC, CRIT, 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 CRIT. das wäre ja für den Grad wieder das Richtige. Wir haben aber keine Mana mehr. mit 80.000 können das neue morgen das megabit voll in die acc gut für ein monster das acc braucht aber jetzt für die nicht gerade unbedingt das sinnvollste aber die anderen sind alle in news also können wir da jetzt auch nix klauen vorübergehend gravieren schauen wir erst mal nach dem wrench vielleicht haben wir da irgendwas mit artikel ja so die zwei slots die fehlen das war ja schon mal gut wird rote artikel die ist zwar blau aber in ordnung die nehmen wir jetzt vorübergehend gravieren artikel ist doch ganz gut für artikel rechts so haben wir plus fünf speed das macht den braten richtig fett würde ich sagen so bei den bios und zwar da und da ja dass der atk prozent nicht gibt das ist wohl logisch wir schauen mal nur die nicht angelegten rote hat er ordentlich vielleicht mal mit speed in den subs was haben wir hier noch muss nicht unbedingt sein er braucht auch noch ein bisschen hp hat viel viel zu wenig hp da hätten wir wir nur die zweite auswahls bieter vb und hat es ist aufgewertet was hat er hier kriegt er noch plus 119 hier schon auf plus 12 da ist ordentlich spiel drauf nehmen wir einfach mal die vorübergehend die slot weg also mit speed hat hier haben wir nichts jetzt gucken wir mal mit speed alles ein bisschen gebrauchen gridschaden auch also weil das jetzt vorübergehend die beste option so bleiben nur noch die 1 und dann machen wir jetzt mal speed weg und habe hier rein sonst hat er mir zu wenig hp 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 gridschaden kommt ein wenn jawohl ja das sieht ist natürlich schlecht aus aber a ist er noch nicht sechs sterne und b sind die runen hier natürlich auch noch nicht gemacht und seh sind wir immer noch am farmen wir haben wir noch mit penner haben wir ihn haben wir colin haben ja der hier ist eigentlich gebaut leider auch nicht auf revenge und broken und der 2100 das könnte man so erstmal mit laufen lassen er ist wohl auf artikel aber auch nicht auf video oder doch er ist auf video gebaut dann müsste man halt stadt schutz an er ist hier auf dem haben wir nicht noch eine revenge oben rechts unten könnte man das eventuell noch umbauen gleich wieder mal haben verwalten oben unten haupteigenschaft artk prozent da hätten wir nur für oben rechts eine okay die könnten wir da noch ein machen was hätten wir für unten was hat er da drin kritzschaden könnte man da kritzschaden und wohnereien machen haben wir da eine mit kritzschaden jawohl da haben wir zwei die hat artikel drauf das ist auch gut sie hat artikel auch drauf die sind beide gleich bei dem einen ist das oben bei dem anderen unten es kommt doch so kopfweg sprung er müsste ausprobieren welche besser rollt ok aber die haben wir können wir auch gleich noch probieren jetzt speichern wir das team einfach mal bei negro ein dazu müssen wir allerdings den autorkampf beenden der kurzen abschluss ob er das noch schafft ich glaube das gibt eine fährung da habe ich aber schon lange 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 nicht mehr gesehen dass hier eine runde fällt ja ich glaube das faktor nach 150 unten fahren der erste fail mit diesem team schlecht habe ich schlecht weg wird schaden ist ok max biet auch max behalten kredite kredite ist halt wieder so niedrig gerollt das ist immer nervig und immer diese platz das auf den ruhen aber die hat noch der 8 prozent gibt sie kann safe weg dann schauen wir mal einfach ob wir das team leben können kopf 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 probieren was man hier einfach aus so so ja ja der düppelt halt irgendwo da hinten rum da ist er das lied und dann haben wir ihn hier ist leider auch nur nicht gebaut sonst könnte man es mit ihm machen ich habe zwar vor einmal gebaut aber er ist halt nicht so der bringer bis jetzt dem fehlt einfach noch an skill ups wo ist die feuer tante feuer panda da haben wir die kollinen muss auch noch der feuer wolf sein so schauen wir gleich mal welche reihenfolge wir die aufstellen der hat 8k und def die hat 16 dann kommt die nach vorne 7 2 mehr mehr er er hat 8k er wird getauscht wir probieren es einfach mal ich denke dass das team wahrscheinlich versagen wird aber man weiß es ja nichts so da ist der boss eingestellt und da ist die gefangene seele und der boss eingestellt das ist auch korrekt also eigentlich müsste für 10 der damage von den wölfen lang aber der eigene stirbt halt hier gleich okay ja da muss man er natürlich immer in die hübschen ja Weil er der Schwächste ist im Team. Ich bin gespannt, ob das hüpfen wird. Ja, den machen wir ruckzücksig da jetzt und dann läuft das. Da können wir zumindest 10 schon mal safe fahren. Vielleicht auch ab ist normal. Muss ja nicht schlecht sein, da trauen wir uns auch gut. Und für den Anfang besser als gar nichts. Ja, jetzt ist der Inhalt weg. Da können wir nichts dran ändern. Mal sehen, ob die das packen dann was. Ja, da fehlt halt die Hitze vom Helgen. Die kommen mit ihrem Schaden hier nicht durch, die Jungs. Es fehlen die Hitze vom Hagen, das funktioniert so nicht. Aber das Team ist jetzt schon mal gesaved. Das ist schon mal gut. Okay. Na, jetzt haben wir hier wieder was geschlossen. Das muss natürlich auch nicht sein. Wo sind die Docks? Der Chat. Jawohl. Da sollte man offen bleiben. Gut. Dann schauen wir jetzt, dass man den Hagen aufs Exter kriegen. Das hat natürlich erstmal oberste Priorität. Und am Mittwoch ist ja Summoning. Und dann finden wir vielleicht auch ein paar Vampire zum Skill-Up. Wenn nicht, müssen wir halt ein paar fusionieren. Mal ganz einfach. Vulkan. Kampf. Ey, da nehmen wir den gerade. Das ist bei dem Team hier besser. So. Die habe ich gerade mitgelevelt. Klar, ich könnte das jetzt auch über die Aufwertung machen. Aber warum? Wir haben noch so viel Energie. Und dann kann ich nebenbei noch Dimensionsgriffs machen. Nehmen wir noch zwei mit hier zum Aufleveln. Gut. Haben wir auch schon gemacht. Dann gehen wir doch einfach in den Dimensionsriss. So. Wo ist er der Gute? Haben wir die für die Fusion? Habe ich jetzt alle auf 30. Ihn, 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 ihn. Jawohl. Die sind alle. Da könnte ich den eigentlich direkt fusionieren jetzt noch nebenbei. Nehmen wir hier mal noch zwei andere mit. Ja, oder eigentlich nicht. Er geht eher schneller hoch. Er kriegt ja die ganzen XP dann. Sonst wird das nicht geteilt, das Ganze. So. Boah, kurz. So. Jetzt stehen wir noch mal kurz auf. So. Kann man nämlich nicht haben, wenn der Aschenbecher überläuft. Muss nicht sein. Ja, pfff. Geht ruckzuck mit den Leveln. Wie machen Sie es? Das ist nun mal hier drin. Ja. Wie machen Sie damit durch die Türpingle? Und dann achten wir noch ein bisschen. So. Wir lassen uns jetzt ein bisschen mehr dageame. Wie machen Sie etwa jedenfalls meine Seite. Ja. gleich wieder ein paar maler steine zum aufwerten das ist dann schon optimal so die aufwertung 1,2,3,4 da kriegen wir auch noch die skill ups für den inogami das ist auch gut die brauchen wir nämlich noch nebenbei deswegen lohnt sich das auch hier schon den dann zu fahren so weg damit wiederholen und weiter geht das spiel das haben wir geschafft der weg das verspöre dass der wurde jetzt zurückgesetzt deswegen haben wir hier die ganzen gut können wir jetzt nicht machen aber die kann man dann noch holen dann kriegen wir nämlich noch mal eine letzte scroll am ende für den witcher weiter geht es hier 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 Prozente, Prozente, Prozente. Es war aber auch eine Katastrophe, drei Tage nach Spectra Dungeons gesucht und es ist so gut wie keiner gekommen. Jeder hat geholfen, jeder hat gezündet und immer ist irgendwas anderes getroppt. Unglaublich. Ja, ich meine, das sind zwar nur Mops, aber der haut den schon gut rein. Oder ist es noch nicht mal richtig gehabt? Ja, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht, warum ich nicht mal richtig. Aber ich weiß nicht, warum ich hier bin. Drei und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht die Hunde dem wirklich erinnere. Ich weiß nicht, warum ich nicht, warum ich nicht lege. nächste runde dann haben wir den doch schon da wo man haben wollen auf 6 sterne wie mein eiser heißt das geht ja wohl nicht es werden immer mehr rollen ja 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 hat zwar nicht so viel mal gebracht aber doch immerhin schon ein bisschen was immer wieder bei 300.000 mal was war das schon wieder immer diese obst fliegen hier dabei ist alles aufgeräumt und sauer kommen von der gaststätte drüben das ist eine katastrophe was machen wollen ja ich habe es gestern abend leider nicht rausgehalten hat einige gezündet deswegen sind es wieder weniger wie vorher aber ein paar haben wir noch ein feuer 16 ms gravierende beschwörung und die kriegen wir gleich auch noch ja und solange der dinge the witcher collab ist es wird ja wahrscheinlich einen ganzen monat gehen kriegen wir ja auch noch die oa und die oa hat durch dann schauen wir mal was haben wir im lager ja da haben wir 5 4 5 die raus die 2 rein entwicklung na na da ist er 1 2 3 4 5 die neuen kippen geht ständig aus wenn man nicht dran zieht naja ist aber auch gut so und fackeln nicht gleich überall die betten ab so immer aufwertungen halt das liegt der lager das zeug truhe kommen die norman energie immer gut kann man nie genug haben ich hatte anfang der woche noch 7.000 energie ich bin jetzt die ganze zeit mit meinen neuen teams am runden fahren da sieht man wie schnell die energie abnimmt sind noch 1700 bevor wir den autokampf machen kann ich hier auch gleich mal noch wo ist das puls hier haben wir doch mal die fusion die schöne windrote marian die hier wollen wir fusionieren jawohl die neos dann wasser war das jetzt richtig sie immer ja sie sieht noch etwas anders aus wenn sie erweckt ist fusion die sind noch gesperrt ok das geht natürlich nicht wir brauchen ihn garuda und die hechse ich sperre die halt immer damit es nicht aus versehen im lager landen da habe ich servus logisch so 1 war ich jetzt verkehrt habe ich jetzt den falschen tatsächlich wir brauchen die windschlangen wieso brauchen jetzt auch immer die windschlangen für was habe ich in den anderen gemacht bin ich doof ja wahrscheinlich schon tatsächlich wir brauchen die windschlangen was habe ich die exe windschlangen oder bin ich als heute benate brauchen wir extra für die da liegt der hase begraben ja dann müssen wir wohl einer der windschlangen auch max machen haben wir die eine gesperrt ja die haben wir gesperrt jetzt aber den falschen auch max gemacht aber sehr egal weil die brauche auch für die windtote magieren stellen wir den sicherheitshalber noch mal so lange erwecken das muss sein wie es mich nicht sollte aber eigentlich an sein ich weiß war spaß so da ist da fehlen mittler aber das ist kein problem das ist doch das falsche fertigungsgebäude so das müsste eigentlich lang jawohl Die Rüstung brauchen wir auch noch für Skill-Ups, den Inugami auch. Und zur Fluppe darf man auch nicht vergessen, immer schön Wiesen. Nee, brauchen wir nicht aufwärmen. Jawohl. Komm, das machen wir schnell noch in den Dimensionsrissen. Solange wir die zwei noch haben, lassen wir drin. Die Schlange geht auch mit. Alles dürfte lang. Ja, das langt sogar mit der einen Runde. Gut. Jetzt aber. Den noch entsperren. Fusio. Die Emma. Tante Emma. So, die anderen haben wir auch, soweit ich weiß. Außer den Werte, den habe ich aber noch im Lager liegen. Oder? Beziehungsweise den könnte man auch selber funktionieren. Doch, den haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Aber die sind alle noch nicht gelabelt. Jetzt gehen wir ihm mal noch die eine Runde hier. Ah, scheiße Kältung. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann lassen wir die hier nochmal laufen nebenbei und machen ein bisschen Arena. Dann nehmen wir jetzt mal die Tante noch mit rein. Tante Emma. Dann haben wir schon. Dann nehmen wir erst noch ein paar Farben, das sind die mittlere, ja wohl. Ja, wir warten die zwei Minuten, dann können wir gleich hier auch wieder weitermachen. Alles für die Gilde. Oh, ich bin die zwei Rivalen fertig. Können wir auch gleich das Doublemon wieder mitnehmen. Dann nehmen wir noch ein paar. Oh ja! So, dann müssen wir die Tante das wird neu berechnet gut dann mal kurz warten da war der reset steine wenn wir jetzt lieber gewesen kann aber nicht alles haben du kannst ja wieder welche stopp von mein freund immer diese kippen schnorrer hier also ist der bruder dem kann man ruhig meine geben welt arena season 28 beginnt was gibt es neues leitfaden so hat er mir jetzt den hier aufgemacht leitfaden zum arena in das server kampf okay ok das ist selber übergreifen dann wieder alles hatten wir doch auch schon mal so die frauen vor sich hin und wir machen schnell mal das labi weiter also erstmal den onkel dateros auch Er hat es normal im Autoplay laufen lassen. Er hat es normal im Autoplay laufen lassen. Er hat 100% Dress, aber da steht trotzdem nie was. Immer dasselbe mit ihm. Er hat 100% Dress. 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 So. Hauen wir mal. Speed wieder Minroll, Max. Okay, die heben wir trotzdem auf. So. Ah, wir haben Karte schon down. Okay. Das ging aber fix. Dann machen wir halt mal so vieles. So. Der geht auf hart eigentlich recht einfach zu machen. So. Der geht brechst. So. 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 das nächste Runde. So. So. Wie geht's? So. 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 Das ist aber auch schon bei Boss. Was immer wichtig ist, dass diese Zornhunde hier mal schnell wie möglich wegkommt. Das muss nämlich nicht sein. Das ist die gefährlichste Hunde in dem ganzen Ding hier. Leider blockt er die Teamangriffe, aber das macht nichts. Da sitzt der Heelbreak, das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist die Runde, hat halt das Schild drauf. Gut, schon wieder die Zornhunde. Ich will sie nicht sehen. Gut, schon wieder die Zornhunde. Jetzt machen wir mal ein Angriffsprojekt drauf. Jetzt trifft er wieder gar nichts hier. So, die können wir lassen, weil da kein Wind mehr drauf ist. Äh, kein Zorn. Endlich. Also es ist nicht das optimalste Team, aber der Belgier hat, wie gesagt, noch nicht richtig gebaut. Und deswegen, es funktioniert. Dauert halt ein bisschen, aber besser wie gar kein Team. Ah, da haben wir schon wieder die Zornhunde. Der hittet aber überhaupt nichts hier gerade. Normal kann der bis zu dreimal zuhauen. Der gute Junge. Ja, das war scheiße. Das hätte nicht passieren dürfen. Diese Runde können wir neu starten. Ich hätte die Zornhunde wegmachen dürfen. Aber die haben halt auch wieder nichts getroffen. Jetzt hier vielleicht. Ich probiere es einfach mal. Ja, den haben wir doch auch. Ich habe zwar jetzt noch nicht so gut geruhen, aber vielleicht funktioniert es ja. Oh, der hat sogar schon Skill-Ups dafür, dass er die ganze Zeit im Lager liegt. Okay. Jetzt hittet er dreimal. So sollte das eigentlich auch am Boss laufen. Okay. Ja, okay. Das wird funktionieren. Sehr zuversichtlich. Lass mein Mädchen stehen. Ja. Keine Zornhunde dabei. Aber auf den Boss. Da sind doch die 3er jetzt. Geht doch. Da haben wir die Zornhunde. Die wollen nur weg. Weil man hat ja eben gesehen, wenn die nicht weg ist, dann ist nicht gut für das Team. Ja. Jetzt fehlt der Healblock. Aber okay. Das haben wir jetzt noch ordentlich probiert. Mal sehen, ob das funktioniert, wenn der Healblock fehlt. Ja, okay. Das funktioniert locker. Ja, der macht das hier. Nur 3. Ob das langt? Nicht, dass hier mein Team verweckt. Naja. Es langt nicht. Das könnte wehtun. Naja. Es hält sich in Grenzen. Ja. Jetzt gehen wir auf den Boss. Wenn er zum Zug kommt, ist er weg. Jawohl. Haben wir es geschafft. Verzauber der Juwelenruhe. Naja. Es ist wieder Crap hier. Wie def def. Jetzt gucken wir erstmal nach unserem Team. Die ist schon 30. Die muss ja 5 Sterne sein, dann machen wir doch gleich mal auf 5 Sterne. Mal hier nochmal zum Aufhören. Da haben wir noch einen. Ansonsten nehmen wir die anderen dazu. Ne, der nicht. Nehmen wir mal irgendeinen anderen dazu. Nehmen wir halt einen. Ach. So doch nicht. Jetzt. Allerauswahl. Den weg. Den brauchen wir noch. Und dafür nehmen wir den dazu. Ja. Dank. Und dann können wir wieder weiterleveln. Ah. Was ist doch noch? Was wollen wir mehr? Ah. Was haben wir hier? Nehmen wir uns. Hm. Balegie heißt der. Okay. Balegie heißt der. Malিцев Nachitudenser? Ach. qualified. Wie ist doch? Gef paymentsiffen? Es 92 pride. Da ist doch? Es da ist doch micro, die wir wieder machen. Es dürfte deine aufhör. Jetzt nimmt dir eine Initiative. Vielen Dank. Ich kann es immer noch mal jedem nahe legen, wenn er noch nicht spielt oder jetzt anfangen möchte zu spielen, fangt an. Das 10-Jährige Jubiläum läuft noch eine ganze Zeit. Es gibt Transrollen, Safe Nut 5, unter anderem die Witcher Collaboration und noch vieles, vieles mehr, was noch nicht veröffentlicht wurde. So. Weiter geht's im Kontext. Labyrinth. Dann machen wir halt einfach auch normal. Das langt in dem Fall auch. So. Haben wir nämlich vorher eine Runde geklaut? Ne, den haben wir aber das Artefakt geklaut. Die anderen sind alle geruhnt. Jawohl. Kann losgehen. Und Start. Ja. Kann man tun, was man wollen. Ja. Kann man tun, was man wollen. Na, hört mich doch im Sound. Also. Kann er dann schreiben, dass man mich nicht hört. Schnell mal noch ein Bild holen. Dann bin ich. Dann raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann kommen wahrscheinlich die Geschmacksnerven noch mehr auf ihre Kosten Ich liebe ja so Sachen, die nach Apfelstrudel, Bratapfel schmecken Am besten direkt einen Apfelstrudel gegessen Schön mit Vanillesoße Wo machen wir weiter? Haben wir was zum Abschließen? Ja, das können wir abschließen Oh, nehmen wir einfach die Standardteams Okay, jetzt geht's Okay, jetzt geht's Schauen wir mal, wie weit kommt Nochmal schaffen wir's also bis Welle 14 War jetzt gleich der Sigi für das Windteam auch nicht gerade die beste Wahl Und dem fehlt glaube ich sogar noch ohne Okay, jetzt geht's wenn die videos mal procken leider blockt im rta immer nur beim gegner da könnten sie auch noch was dagegen tun schon allein dass der einmal brauchen kann das ist schon eins zu viel kriegen wir die wälder 15 können zeitlich knapp werden aber machbar aber das ist auch ein zusammengewürfeltes team hier damit man überhaupt laufen können geht bestimmt besser ich spiele nur zum spaß ja das ist in ordnung können wir mal mitnehmen aber gar keine 2 juwelen haben so der letzte angriff da ist auch schon blau wenn es bei normal hier ist kommen geht schnell und safe jetzt habe ich auch noch keinen jungen kampf englischen ganzen neuen die fehlen alle aber selber schuld eineinhalb jahre nicht gespielt müsste echt gut aufholen die letzten zwei wochen auch immer lustig schreifsteinruhe alles durch noch schnell den welten boss ein guter ketten raucher braucht auch wieder eine flusse ein guter ein guter ein guter All safe. Na, hat sich der Skip nicht drücken lassen. Fünfmal draufgedrückt hier. Da selber spielt immer so Washed Finger. Die Tablets sind einfach für Washed Finger nicht gebaut. Schon wieder Res, HP, Minimal Roll, Set, nee. Ja, gut. Karo war auf, falls irgendwo noch ein ATK-Punkt fehlt. Aber eigentlich, nee, komm. Wir brauchen Mana, damit wir unsere Rune endlich aben können. Hey, richtig nice. Für die neuen Siegelruhen. Ja, vielleicht wegen der ACC. Was haben wir hier? Legendäre Beschwörungsstücke. Da fehlen hier leider nur noch einen Haufen. Def, Roll, Min, Min, Min. Weg damit. Wir machen jetzt aus. Die ist gleich 35. Dann sind die auch fertig. Monsterfeld, Monsterfeld. Nee, das wird kein Monsterfeld. Das gibt Mana Steine. Ja komm, der hätte jetzt auch die 150.000 man können. Kriegt man aber auch nie was Gescheites aus diesem Brunnen. Der ist so useless. Jetzt schon zehnmal auf das Monsterfeld bekommen. Alle anderen, wo ich immer hör, kriegen wir irgendwelche krassen Monster davon. Bis jetzt immer nur Schrott rausgekommen dabei. Jetzt gucken wir gerade mal noch wegen der Werdefusion. Ob wir da irgendwas haben. Den können wir farben, den können wir auch farben und den können wir glaube ich auch farben. Gut. Wenn wieder alle Dungeons offen sind. Die anderen haben wir alle. Ja. Hier ist okay. Holen wir uns doch mal das Devilmon. Was haben wir hier? Sag mal. Machbar. Bräuchten wir die eigentlich nicht unbedingt. Mal das Ohr. 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 wir müssen natürlich alle willen ohne drauf haben die prager trifft bestimmt gleich jeden strip deswegen immer jetzt noch nicht die hat leider kein stück benutzt die kann ja keine enthören schon mal gut das hätte ich jetzt nicht machen wollen ja Soll ich schon mal. Ah, der hat garantiert ein Artefakt gegen Wasserlauch, sonst hätte er jetzt mehr kassiert. Und boom. Mob has been planned. Ja, den mag ich überhaupt nicht, auch wenn da kein Problem ist. Jetzt sind wir hier die Jungs fertig. Der Autokampf zu Ende waren 30 Runden. Aha. Dann kriegen wir halt noch die paar Runden. Wir holen uns das Devilmon. Ne, den hatten wir eben schon. Jeder zweite hat echt so ein hartes LD. Das ist traurig. Ja, wir probieren es einfach mal. Ja, das war eh Mut, ja. Keine Chance. Die Runde ist gelaufen. Ja, probieren wir über studieren. Wenn ich fragte, auch nichts gewinnt. Das sieht schon wesentlich besser aus. Die kann zwar entfernen, aber macht sie nicht. So, jetzt werde ich jetzt am nervigsten. Die brauchen wir erstmal hier. Da müssen wir auch den gleich einsetzen, sonst kommt die noch zum Zug. Zack. Ah, die muss halt einfach blocken jetzt. Nervt mich doch. Eieiei, alle gestunt. Wow, 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 wow. Wartatatat. Bin ich mal gespannt, ob der Fäng die hier noch weg bekommt. Ah, die heilt halt alle mit hoch, ne? Die so zerstören. Ne, das schafft doch eigentlich nicht. Ne, das schafft doch eigentlich nicht. Die so zerstören sind beide. Oh je, je. Eingang muss man auch gewinnen. gleich mal gestand jetzt hat er wieder so in der break sitzen kann Ja, das ist doch nice, alle gestunt. Er hat den mitgemacht, er hält ja gar nichts aus, bin davon ausgegangen, dass er richtig schön tanky ist. So, haben wir die gleich noch mit weg. Da haben wir doch unseren Wenden. Langt, Devilmon, Helmet. So, dann müssen wir nur noch den laufen jetzt. Wir beschwören jetzt einfach mal die ganzen Buds hier. Ja, maximal Grenze erreicht, ich weiß, die müssen wir halt aufwerten. Aufwertung, Autorauswahl, aufwerten. Hat er die aus dem Monsterlager alle benutzt? Ja, hat er alle benutzt. So, dann gucken wir mal, wer braucht das Devilmon ins Meer oder der Feuerpanda. Der Feuerpanda hat noch gar keine Skillups. Der hat wenigstens schon zwei, hat er schon eine Art Schaden runter. Ja, da würde Rateschädlicher Effekt hochgehen. Ja, ich glaube, der Feuerpanda ist erstmal wichtiger. Na, war wieder logisch. Immer in den ersten. Wenn ich was aufhört, immer als erstes in den ersten. Außer es sind vier Stellen Monster. Freunde, alle versenden. Die Eintech-Belohnung noch abholen. Bodenpflege, kriegen wir doch hin. Mit 700.000 können wir auch noch eine aufwerten. Ja, die haben wir noch mal, die haben wir nicht. Ja, der hat zu wenig HP. Machen wir einfach die hier. Speed, okay, ACC. Ja, hätte er nicht gebraucht. Der ADK ist neu. Das ist nice, dass da jetzt noch ADK draufgerollt ist. Gut. Warum schon wieder in den Flat? Warum? Die kann dann gleich schon mal weg, wenn er soweit ist. Da ist halt auch leider zweimal in ACC. Jetzt haben wir schon wieder nicht genug. Ja, komm, den Einen geben wir mal. Ja, dann ist ein paar Prozent ADK. Das sieht schon wieder besser aus. Was ist hier? 61, 75. Gut. 29, ab 30 gibt es wieder einen Devilmon. Was sieht es denn mit den legendären Stücken aus hier? Trance Stücke, da fehlt noch einiges von den Trans. 5x7. Komm. Schau mal. Mir juckt es doch jeden Tag in den Fingern. Das war nix. Selbst aus dem Unbekannten kommt kein Blitz. Da haben sie wieder die Blitze abgestellt heute. 90 Unbekannte Grafen und nicht ein Blitz. Das ist auch selten. 50 Monster, die haben so wenig gebracht. Toll. Haben wir hier noch irgendwo food? Ne. Alles leer. Dann machen wir hier mal wieder Platz. Dann machen wir hier mal wieder Platz. So. Dann machen wir den noch schnell six star werden. Können ja in der Zeit noch eine Runde Welt Arena spielen. da ist mir schon wieder new. Jetzt Bible. Oh Team Kampf ist wieder. Nice, Nice, Nice. Team Kampf ist immer lustig. Die blöden Schnauhe. Was denn? Den Odin mag ich auch einfach nicht. Komm, nehmen wir mal irgendwo mit und das Windpennerchen. Ah, der weiß, was er pickt. Und ich habe definitiv keinen Bock auf Odin. Das ist Odin, richtig? Jawoll. Ja, war mir klar. Ja. 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 Das sieht schon gut aus. Ja, ich hätte noch einen zweiten Stripper mitnehmen sollen. Dass er nur einbanken kann. Uiuiui. Ja. Zwei Gestunt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Hätte ich den jetzt nicht weghauen können. Ja, mach doch. Mach doch. Ja. 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 dann diesmal nicht aber provokt das ist schon mal sehr gut gleich noch eine runde rta spiele ich auch nur zum spaß ich bin kein pro gamer muss auch hier nicht sein in dem spiel ich habe an der konsole andere spiele wo ich echt progressiv spiel oder am pc auch japaner die sind immer ganz schlimm die chinesen und japaner in sammlers wo die führen die weltrangliste an nicht dass ich etwas gegen japaner hätte aber es ist echt krass oder den tops findest du nur chinesen und japaner ja der lässt wieder die zeit ablaufen das ist wieder so ein afk lol spieler dieser afk lol spieler hasse erst da lassen sie die zeit runterlaufen wenn sie da merken das schief geht dann fangen sie doch irgendwie an einzugreifen probieren wir mal den bollwerk aus den habe ich auch nicht hätte ich aber gerne nach windmonster hier genommen mal mal den feuer so wie ein bahn war wir bannen definitiv hat er gemerkt dass er keine skill ups mehr hat keinen kein lied gut aber schuld wenn man die zeit runterlaufen lässt da geht noch eine runde 2 1 risiko genau immer den first pick immer wieder jetzt ist die frage band er mein großer weg dann wäre es ja egal wenn ich nur oder da lassen ich vermute er band mein großer weg deswegen möchte ich die diana nicht haben weil die kommt so oft dran er wird ein großer weg und so wie es mir gedacht habe jetzt haben wir halt auch kein deal außer dem feuer haben wir mal den schau mal schau mal ja okay der tagt alle das ist auch schon mal ist das ist auch schon mal weg nächstes machen wir den weg hat dann gestand böse jung jetzt hat er den auch wieder ist dann hat er trifft aber auch alles hier auch nicht schön aber ich glaube wir müssen erst den morgen weg machen er hätte zum glück nicht viel aus komme ich jetzt auch noch mal dran man feiert wieder war noch gar nicht am zug dann musst du auch nicht sein er fängt hier das das war für mob den habe ich noch nie gespielt das ist das zerfängt trifft halt auch wieder keinen der freig und er kommt hier immer dran und dran und dran und dran jetzt hat er den der freig getroffen jetzt ist es ein opfer nächste runde ist er weg gott sei dank er kommt dann auch noch wieder super er ist trotzdem weg man fängt und dann kriegst du nicht weg ja dann müsste nur meine def break treffen jetzt wie mich verarschen wir können doch einmal trocken ach genau noch gestand und wieder kein block es ist unglaublich er will nicht noch weg machen hier ok war ein schöner kampf aber den einen mobter den kannte ich überhaupt nicht habe so viel verpasst in den einen jahr immer schön für die arena punkte jetzt haben wir den endlich auf immer noch so wenig maler steiniger aber die nehmen wir trotzdem mit aufwertungsmaterial so monster ist der jetzigste max 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 die muss jetzt auf jeden fall auf 12 15 lang immer noch nicht ja gut ist nie verkehrt hat dann jetzt 4000 mehr hatte der im video auch nicht dann schauen wir mal ob wir dem irgendwie ein artefakt drauf können können gucken wir uns erst einmal kurz die skills an im dhp zu schaden 30 prozent regeneriert also wenn der jetzt darauf 1 lebensentzug hat das lebensentzug oder erholen das müsste als erholung zählen ok gut erkennt man hat sie gebrochen hier können wir auch als sie gebrauchen also schau kriegte halten habe hier unten artikel artikel attribut erstmal das die angelegten nicht anzeigen ohne innen sub eigenschaften schau mal erste fähigkeit erholung haben wir da was nein aber nichts das gibt es hier glaube ich auf der auch gar nicht durch lebensanzug nein ich muss da jetzt erst mal nachfragen das hat schon gut genug gewesen so wer ist online 234 vielleicht weiß es einer jetzt wieder alles gescht hier 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 5 3 4 5 5 6 6 7 13 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 7 10 11 11 9 23 14 14 20 13 15 15 hat nur drei stück dhp adk der verhöhungseffekte zehn prozent und was hatte die andere drauf ein prozent ich finde die fast besser wir machen das jetzt mal rein das lebens in zukunft ja auch umscrollen ausgeschrieben was haben wir hier ich glaube die wir anders waren auch gut das ist ja eine artik mehr so ein hp ich hätte gern schon ein das bringt bei dem gar nichts zweite fähigkeit erholung haben wir dann nichts mit erster fähigkeit erholung 6 prozent adk schaden durch die fähigkeit hat keine erholung die sind beide def er kommen warum jetzt darf es auch nicht schlecht besser er hat er hat mich wie sieht es bei den anderen konsorten aus hier was hat er hier drin mit der füste konnte angriff dann auch damit das haben wir uns maximal genau der braucht auch noch ein artefakt der kriegt ein der fahr der fahrt rein definitiv alles max plus 4 prozent zu verloren okay das war jetzt nicht die beste aber die halte der frauen zimmer das steigert noch mal die def das ist gut bei ihm so muss man auf der arme schon auf ungegebenen griff haben wir dann auch irgendwas mit der frauen zimmer macht das ist aber kein def aber wenn es da was mit der frauen zimmer gibt könnte man ja mal schauen fünf prozent fünf prozent schaden aufwind das ist auch gut das wird zwar eine artikel ohne verliert er die 100 der flieder die man am anderen bekommt aber gegenangriff das würde auch aber bis drei prozent aber ich glaube fünf prozent mehr def ist weit dem viel wesentlich mehr als vor allem 1 könnte man rumrollen machen wir es so schau kurz mal beim radio nach der hat beide der hatte schon kooperativer schaden ja wohl tante colin die hat auch keine ja der müsste mal auch mal bessere ruhen geben aber die lassen wir jetzt einfach mal so wir haben keine roma so bei dir ist es die fähigkeit 3 und die 1 macht chancen eine lustkraft des freundes zu reduzieren die zwei macht in hp break oder also die zweite fähigkeit acc bräuchten und erholung ja was braucht die def braucht die ein bisschen artefakt verhalten haben wir irgendwas mit zwei fähigkeit erholung eine dritte fähigkeit erholung da gibt es da gar nichts zweite fähigkeit acc haben wir auch nichts haben wir überhaupt was ja wir haben was machen wir halt eine hp und eine def schaden auf wind auch gut schaden dunkel schaden von wind auf besser wie gar keine was war das jetzt hp plus und das type artefakt hätte ich gern eins mit dev haben wir da was mit dem jeweiligen was wir haben wollten zeigen wir erst ok da hätten wir einige und dritte fähigkeit erholung dann hätten wir auch zwei dritte fähigkeit erholung eins plus empf zusätzlich schaden ums biet die gegner habe erste fähigkeit acc6 ja das war ja auch nice dritte fähigkeit erholung das wäre eine atk das wäre eine def mauer die brauchen das def so der memper der hat fehlt noch der feuer panda 1600 das heißt er kriegt zwei def hatte artefakte rein definitiv artefakt alles def schauen wir mal was wir noch haben schaden auf wind erhaltener schaden von licht schaden von speed gegenhangerschaden einzelne kritische schaden 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 auf feuer schaden ich muss jetzt mal gucken was ist das für ein attribut in den kauf 10 nico so er ist komplett dunkel also bringt das schon mal nix mit dem mit war ja auch was anderes was mit schaden auf dunkel So, bleibt halt nur die. der perfekte leben naja das ist der bach also erholt durchgeführt das schaden wieder oder vielleicht schaden auf dunkel das erste wohnung dritte fähigkeit die hört sich gut an hat er keinen schaden die erste fähigkeit erholung bringt auch nichts hat er auch nicht viel dritte fähigkeit hat aber keine erholung das biet haben wir nicht dabei in dem team gut aber die acc und der kirche des ersten angriffs mal kurz hp was haben wir da noch zweite fähigkeit bringt auch nix ok das war natürlich auch noch mal geben wir mal in die hape hier das ist das dritte macht er hier plus 15 märkte schaden die erste hat mehr acc noch mal kürzern 11 prozent daneben sind zu können wir irgendwann mit rollen jetzt wie kennen dann wollen wir den spaß einfach noch mal testen wann kriegen wir das der mann hier wahrscheinlich noch einmal abschließen das haben wir heute alles gemacht ja morgen gut das andere habe ich schon verbraucht jetzt ich noch den die war dann ist auch nicht ich jetzt einfach die mal keine vier mehr im lager wir testen einfach noch mal eine runde den negro 10 vielleicht funktioniert ja jetzt mir fehlt hat die astra fehlt auf jeden fall und die abigail fehlt die haben wir beide nicht sonst könnte man auch das bessere team spielen jetzt probieren wir es mal so nach hinten so die hat artefakte drauf der hatte 21 das ist auch gut fast 22 ok ja der könnte halt noch ein bisschen er könnte noch ein bisschen wir testen die kriegen hier noch kipp gerade wach dazu von pender das heißt die brauchen einfach gar nicht so viel deswegen hat es vorhin gelangt mit den 41 wenn ich bin wärmer zu wenig rest mal eine runde schaffen sieht auf jeden fall besser aus ja der hat vielleicht den besten artikel klaut den wollen wir natürlich wieder aber so wie es aussieht packen die das die runde das wäre das erste mal das ohne sterben negro läuft so war die eine jetzt müsste er eigentlich gleich drauf gehen jetzt aber kommen haut mal ordentlich zu ja ich muss die ruhen noch max dann läuft das noch besser und auch noch die menschruhen überall drauf klatschen jetzt stirbt da drei minuten 14 die neue bestzeit und die kürze das ist schon schlicht aber hauptsache läuft aber wir haben kaum zornruhen deswegen wie eben auf das kann ich nicht noch mal erzählen ist ja eh keiner da ok brauchen wir mana das heißt wir lassen jetzt noch ein paar runden zwei laufen hier haben wir wieder drache immer ein bisschen abwechseln die laufen wenigstens safe auf Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja... So, ich schalte mich mal kurz fünf Minuten weg. Ich muss nämlich noch schnell telefonieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schau doch mal, was haben wir hier, ein Baldorfisch, da brauchen wir noch Skill-Ups, die nehmen wir mit. Irgendwas hat mich da wieder in den Kopf gestochen, Alter. Zieht niemals in die Nähe einer Gaststätte, das lockt nur Ungeziefe an. Direkt gegen die schöne Gaststätte. Das Essen ist zwar gut, aber es ist Katastrophe, was wir im Sommer für Fliegen haben. Die drei Stunden machen wir jetzt noch voll. Viertel Stunden, dann machen wir auch schon wieder Feierabend für heute. Wenn mir folgt, ich bin immer so ab ca. 20 Uhr online und versuche dann immer so lange wie möglich, euch zu unterhalten und vielleicht auch ein paar Tipps zu geben. Wenn Fragen sind, immer her damit. Gut. Gut. Okay, cool up. Schallquab, den werden wir auch noch entwickeln. Schauen wir die mal alle durch. Ich weiß nicht, ob ein Shiny dabei ist. Nope. Brauchen wir da nicht. Selbe Lusie. Brauchen wir nur 400 Bonbons. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht gut. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Schauen wir mal kurz nach, wie viele wir noch für einen Rasa brauchen. 19 Stück noch? Okay. Es ist einfach herrlich, wenn das Team in DB und DB10 hat, Abyss Hard, nicht 10, einfach so safe läuft. Das Umfarben geht so schnell. Okay. 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 Dann Mittags schauen wir erstmal eine Runde in der Spiele vorbei und gucken, was da läuft. Und danach wird online gezackt. Okay. 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 So, schauen wir doch mal nach den Ruhnen. Können wir behalten. Max Speedroll, Max Speedrollroll, behalten wir. Aber, ja doch, ist auch der Ende fast. Gut, Max, fast Max, ACC hat nicht durchgerollt, aber das ist nicht so wichtig. Keep it, flat start auf der 2, direkt weg, flat start auf der 4, auch weg. Hatte gar nicht durchrollt, auch wieder ein flat start auf der 6. Eine Def-Prozent, Speed, HW, es sieht gut aus. Keep. Da machen wir doch nebenbei einfach mal noch eine Wünsche. 300.000 haben wir schon wieder. Da können wir doch bestimmt direkt aufwerten. Nämlich hier rollen. Wo ist er, unser neuer Safe-Man für Niko? Ne, die wollten wir ja nicht maxen. Ja, Max-Bauer 700, ne. Ich glaube, wir wollten beim Panda noch mal gucken. Der hat doch auch so halb Boden, ne, oder? Ja. Schauen wir mal, was hier geht. Schon wieder Def mehr. Ah, 50 Def mehr. In Ordnung. Den kriegen wir noch auf über 2.000. Radikal-Temoreal-Dizieren, Effekt anwenden. Dieses ist dann auch gleich noch fertig. Dungeon der Seelen, neu hinzugekommen. Auch eine legendäre. Die müssen wir uns aber noch holen vorm Witcher. Die haben wir eigentlich schon mal alle gemacht, aber irgendwie wurden die resettet, soweit ich das mitbekommen habe. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir die Belohnung alle nochmal mit. Gucken wir noch mal wünschen, wie man hat der A vorbei. Qualifizierender Vertreter läuft. Da muss man sich erst qualifizieren. Ah. Okay, für den Inter-Server-Kampf muss man auch noch qualifiziert sein. Dann machen wir halt ein Ründchen, ja. So, zum Abschluss. Und schon geht's los. Uh, ich hab mal First Pick. Das ist ja was ganz Außergewöhnliches. Wie viel Speed hatten wir? 145. Der wird definitiv überall ein Großer sein. Und was hat die? Auch 141. Okay. Ihr nehmt den Mister. Alle Energisten. Ihr nehmt den Mu. Und raus. Du bist. Du. Aber ich hab so viele Wasser-Monster. Machen wir die weg. Jawohl. Ah, er band ihn. Okay. Ja, dann könnten wir vielleicht doch noch. Er nimmt HP. Und könnte man vielleicht doch sogar ausbieten mit einem Großer. Aber wäre nicht schlecht. Ja. It's my turn. Jetzt kommt der Berat zum Zug. Ja. Ja, ja. Mach ruhig. Oh, komm mal. Jetzt prock die hier schon wieder. Verarschen. Yes. Dann bauen wir das weg. Dann bauen wir den hier weg. Dann bauen wir den hier weg. Dann geben wir den hier weg. setzten wir gleich noch eine runde an dann pick mal die zwei jahre gut sagen wir einfach noch brah mit überlegt überlegt mal drei sekunden sonst gibt es hier ein auto pick ja okay wenn in die branche mit und hier machen wir weg ich habe gedacht der band wenn das ist einer von den strippern aber okay jetzt haben wir zwei stürmer dabei sollte machbar sein aber klar rosa kommt dran kommt schild kann man muss wenn es gleich runter machen ja da war nicht viel getroffen ja das ist klar terminator ist halt auch strange und kein brock das ist ja noch zuerst dran es trifft halt wieder gar nichts hier ja gut mal gespannt ob wir das noch klären können ich bezweifle es es hat aber auch wieder nichts getroffen oder gebraucht was will man dagegen tun ja sie trifft aber jetzt ist auch weg ob der jetzt mit uns einmal auch wieder kein brock der ist schon wieder provokt wenn er mich nicht irgendwie gestand bekommt könnten das vielleicht noch wieder kein brock es ist unglaublich auch man warum nicht ja okay jetzt jetzt ist er halt auch noch braucht wieder gar nicht jetzt muss ich wieder den angreifen natürlich jetzt wo er im schild ist hätte der jetzt nicht brauchen können meine fresse ja jetzt ist gelaufen es ist unglaublich alles sind auf video gebaut und es braucht einfach so gut wie gar nix und bei ihnen wieder ständig das ist einfach nur unfair mehr der genau deswegen spiele ich hätte ja nicht gern aber gut okay dann machen wir jetzt mal feierabend ich sag mal tschau leute bis zum nächsten mal denkt dran mittwoch abend ab ca 21 uhr das kann sich auch gerne angeschlossen werden tschau 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 Vielen Dank.